Hallöchen, ich melde mich mit einem neuen Video zurück. Das hier ist eine kleine Aussicht von meiner Stadt Sulzbach-Rosenberg. Und das hier ist Flo, ein Klubberer. So, gestern hat es bei uns gebrannt. Wir gucken uns jetzt mal die Überreste von der Brandstelle an. Gott sei Dank geht es bergab. Geile Sonne, echt geil hier. Weißt du was, das Gebäude hier ist? Nö, ich bin dumm. Echt? Hochregelallager ist groß. Cool. So, da jetzt rein oder was? Genau. Oder ist es nicht? Weiter unten, weiter unten. War das nicht hier irgendwo, da bei der Lichtung? Ja klar. Ah, die Sonne, die Sonne, folge alles Wetter. Der ist hier. Da ist ein Motorradfahrer. Motorkursfahrer oder so, keine Ahnung. Ja, Motorfahrer. Da ist, glaube ich. Die gucken das doch gerade an. Nee, das war schon da. Das war doch da unten. Das war auch da unten, oder? Keine Ahnung. Auf so eine Lichtung. Sonst würden die ja nicht so runter gucken. Oh, du machst mich fertig. Berghilfe. So, wir machen eine kleine Wanderung durch unseren Wald. So, wir werden runter. Oh ja. Oh, ich bin jetzt mal dran. Warte mal. Nee, wir gehen jetzt umsonst da hoch. Das war doch da. Nein, nein, das war nicht dabei. Ich komme von dem Weg, konnte ich dahin sein. Das war nicht auf jeden Fall nicht da. Gehen wir mal erst. Nooo! Stimmst du? Ist doch voll gefährlich. Oh, du Vollhonks. Ja, meinst du, ich will jetzt runterkugeln oder was? Oh, meinst du, der Junge macht mich noch fertig. Ach, ja, das war auch da, wo ich gesagt habe, du Idiot. Oh, du bist so gefährlich. Oh, guck dich das mal an, ey. Das ist ja... Das ist ja... ...gefährlich. Gut, dass es hier Bäume zum Festhalten gibt. So ein Scheißendreck. Ey, jetzt warte mal. Oh, du... Alright, ich mach dir. Gut, gut. Gut, gut. Gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut, gut. Gut. Da sind wir auch noch David Frank Chaoser? Aha... sogenannte RundCastion. So, wenn man da ... ... sind zu 원래 der Tom noclone hurtig. Wo ist das jetzt? Hier ist man auch nicht. Du siehst doch jetzt da wo es schon runter geht. Ja. Da müsste es gerade irgendwie so sein irgendwo sein. Wenn sie da liegen, kann man nicht. Ja, natürlich. Meine Zuschauer wollen etwas sehen. Die wollen vor allem sehen, dass mich herhaut. Und dann fliegt auch das Handy weg. Oh, ich freue mich schon wieder den ganzen Berg hochzulatschen. Das war schon mal genau wie lang. Ach du Scheiße. Wow. Tja, hier war mal Wald, oder? Ja, das war Wald. Das war mal Wald und das ist gestern alles abgefackelt. Wahnsinn. Tja, so schnell kann es gehen. Also liebe Leute, nicht brandstiften. Das sollte man nicht tun. Man riecht es auch noch voll, dass es nach Rauch stinkt. Lieber let's playen. Das ist viel, viel ungefährlicher. Ja. So, wir machen uns jetzt wieder auf den Weg zurück. Und bis zu meinem nächsten Video. Muhahaha.